Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein glückliches neues Jahr 2021. Ich freue mich auf ein gesundes Wiedersehen mit euch allen hier in der Rotterdthermen. Im Namen der ganzen Birnbäcker Gastronomie wünsche ich euch wunderschöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich auf euch im neuen Jahr. Im Namen aller Birnbacher Gastgeber darf ich euch ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes, erfolgreiches neues Jahr wünschen. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünschen wir euch vom Bella Vista Golfpark in Bad Birnbach. Wir Birnbacher Einzelhändler möchten wir euch ebenfalls ein friedvolles Weihnachtsfest wünschen und dass es 2021 viele Anlässe gibt, fest unterwegs zu sein. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest, ein gesundes, glückliches neues Jahr und vielleicht sehen wir uns bei einer Wanderung in Bad Birnbach bald wieder. Ich wünsche mir für uns alle ein friedliches Weihnachtsfest und dass wir uns im neuen Jahr bei der einen oder anderen Fahrt im autonomen Bus wiedersehen. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Ich darf euch im Namen der Kurverwaltung schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünschen. Hoffentlich bis bald im Atrium. Wir alle gemeinsam wünschen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr. Bleibt's gesund und hoffentlich bis bald im ländlichen Bad.